Dieses Video ist ziemlich ungeplant, dennoch möchte ich mich für die neuen Abonnenten und die vielen Aufrufe in den letzten Tagen bedanken. In den Analytics sieht man einen riesig großen Ausschlag von Aufrufen und dafür einfach ein riesig großes Danke an die gesamte Community. Gerade arbeite ich am neuen Video für Samstag. Das Video-Thema habe ich bereits auf meinem Instagram-Account veröffentlicht bzw. es wurde abgestimmt. Meinen Instagram-Namen blende ich euch jetzt unten ein und außerdem habe ich eine kleine Frage an euch. Und zwar wollt ihr auf diesem Kanal zweimal die Woche Videos sehen, zum Beispiel Videos wie dieses hier könnte man theoretisch Creative Talk nennen. Und wenn ihr irgendwie andere Namensideen habt, ab in die Kommentare damit. Außerdem ist hier oben eine Abstimmung hier oben rechts. Also ordentlich draufklicken. Danke fürs Einschalten. Bis Samstag. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.